Was hat mein Imperator gesehen? Was er gesehen hat? Natürlich die günstigsten Top-Games bei G2A. Ihr habt immer noch keinen Mortal Kombat, dann schaut vorbei, doch kriegt ihr die Games weit und am Labenpreis. Jegliche Informationen dazu unten in der Videobeschreibung. Hey Leute, willkommen zurück, Jungs und Mädels, zum Backpfotzen verteilen mit eurem Lost in Mortal Kombat X. Yes! Wir brechen jetzt also bei Sub-Zero ein. Beim Kollegen Eis mit Kapitel 3. Sub-Zero. Ich habe mittlerweile meinen Controller neu angeschlossen, neues Kabel. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und da ist er auch schon, in menschlicher Gestalt. Man sieht ihn in menschlicher Gestalt. What the fuck? Surprise, surprise. Here we go. Es ist Zeit, unsere Gäste zu unterhalten. Yo. Party? Das sieht aber grimmig aus. Okay. Alle anschleichen. Alle hintereinander. Pst, pst, pst. Los geht's. Rock'n'Roll. Bereit? Bereit, wenn du es bist. Oh. Hm. Ich lebe dich. Was macht das? Du, ich muss. Ihr seid hier nicht willkommen. Nennt eure Absichten. Großmeister. Ihr müsst mit uns kommen. Mein Name ist Sergeant... Oh. Es ist ein Trapp. Okay. Du verlangst meine Zusammenarbeit. Aber du bist abgeschnitten. Umstellt. Was willst du tun? Mein Vater hat stets in den höchsten Tönen von euch gesprochen. Er will reden. Reden. Immer seine erste Wahl. Okay. Versuchen wir's mit Schlägen. Los! Halt! Oh, jetzt geht's los. Jetzt hauen sie sich gegenseitig dir rüber ein. Hoppala. Cassandra Cage. Du führst diese Gruppe, aber sie spurt nicht. Was würde deine Mutter tun? Nicht rumprödel. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ah, ich bin Sub-Zero. Oh mein Gott. Ich bin Sub-Zero. Warum kämpfe ich als Sub-Zero? Ja, das ist interessant. Die Wendung in dem ganzen Kram immer. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt als die Tochter von Johnny spielen werde, weil mit der sind wir auch reingekommen. Und eigentlich ja... Oh, Sub-Zero der Böse ist. Aber irgendwie... Au. Hopp. Das ist wohl nicht der Fall jetzt. What's that? Oh mein Gott. X-Ray. Erstmal ordentlich die Eingeweide raus. Und dann rein ins Gesicht. Hoho. What? Nice. Oh, shit. Hopp. Und tschüss. Oh, guck mal, die hat auch die Aura. Sub-Zero wins. Nice. Sub-Zero ist irgendwie stark. Das wäre eigentlich auch ein Multiplayer. Spielen viele Sub-Zero. Oh. Das ist irgendwie... Wenn du den voll gut drauf hast... Nein! Fuck. Jetzt haut es aber ordentlich auf die Nütze. Shit. Komm. Ich kann natürlich die ganzen Sub-Zero-Sachen nicht. Hoppala. Haben wir noch weggenommen. Wop, wop, wop. Und? Oh, jawoll. Aber wie gesagt, der ist im Multiplayer wohl ziemlich stark. Also viele nehmen den, weil der halt diesen... Mit dieser Combo-Attack... Oh, krass. Diesem Eiskram. Kannst du halt die Leute einfrieren. Und... Dann kannst du dir ziemlich auf den Sack geben. Jetzt halt. Nice. Das war ein Easy-Battle, muss ich ganz ehrlich sagen. Spricht für Sub-Zero, oder? Völlig overpowered. Oder ähnlicher, als du denkst. Hoppala. Hopp. Und weg ist er. Oh, hä? Eismantel hinter dir. So. Lass mich raten, jetzt ist er dran, oder? Kräfte hätten dich warnen müssen, Takahashi Takeda. Zweifellos hat Kenji dich gelehrt, sie zu nutzen. Mein Vater hat mir so einiges beigebracht. Kenji ist der Vater. Der hat auf jeden Fall noch Augen. Hat der andere ja nicht mehr, irgendwie. Ha, 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 ha. Komm schon. What? Oh, fuck. Okay, jetzt bin ich in der Enge getrieben. Das ist nicht so gut. Warte mal, ich nehm mal... Fort! Jetzt. Zack. Und rein damit. Oh, der X-Ray ist so nice. Und... Völlig unrealistisch. Aber egal. Ha, 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 ha. Das ist Mortal Kombat. Das ist so geil. Komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Oh, Sub-Series echt stark. Ohne wird sich spielen zum ersten Mal. Er ist echt stark. Au. Ho. Nein. Er hat mein... Er hat mein Combo gebrokt. Erstmal auf die Mütze gehen. Wow. Muss mal in die Eier. Shit. Wow. What? Fuck. Jetzt kommt sein X-Ray. Aua. Oh, ho, ho, ho. Oh, mein Gott. Oh, oh, oh. Das sieht nicht mehr gut aus. Du kannst nicht mehr auf eine Party gehen. Shit. Shit. Ja, okay. Oh, er hat's geblockt. Mein Eisschießer. Shit. Oh, mein Gott. Das wird knapp. Oh, mein Gott. Ich glaub, das verliere ich. Yes. Shit. Ah, was mach ich denn? Manchmal ist der so stiff irgendwie. Da hab ich die falschen Attacken drin. Okay. Fuck. Das sieht doch ganz cool aus. Guck mal, die Angriffe von ihm sind nicht so schnell. Also die Combo-Dinger schon, aber Sub-Zero, die Standard-Attacken, sind nicht so schnell. Wow. Okay. Feuer frei. Das ist eigentlich interessant, dass er da Feuer hat. Hopp. Nein, das wäre ich verkackt. Oh. Was macht das Schaden. Das macht echt Schaden. Okay, aber das war's. Nice. Ha. Du bist nicht wie dein Vater. Das ist echt stark. Und da kommt die nächste. Und da kommt die nächste. Und die auch noch mitnehmen, oder was? Du hast dein Kommen angekündigt, Jacqueline Briggs. Specialist Briggs. Ja. Der ethischer Anstand ist deiner Familie wichtig. Ja, die ist von Briggs hier. Das sind alles die Schwestern und so. Die Kinder. Yo. Die können alle... Oh, die können alle so... Alle so Feuerdinger machen. Fuck. Fuck. Haha. Yes. Komm. Oh. Die heiße ist aber echt ordentlich. Die haut nicht schlecht rein. X-Ray. Feuer. Bam. Yes. Die haben raus. Spieß ins Auge. Hinterfallen lassen. Sub-Zero wins. Fuck. Das ging jetzt aber schnell. Yes. Oh shit. What? Nice. 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 Vereist. Haha. What? Okay. Ich wollte eigentlich an dem... Baum springen. Ja, ich wusste es fast. Au. Dang. Dang. Und now. Yes. Shit. Nein. Ich kann die Luft ja nicht blocken. Ich kann die Luft ja nicht blocken. Yo, vereist. Shit. Shit. Die killt mich. Nein. Genau, wenn ich den Block aufhebe, haut sie von oben drauf. Jedes Mal. Der Computer weiß ganz genau, wann ich den Block aufhebe. Das ist unfair. Scheiße. Komm. Warte mal. Hier, ich muss mal rüber. Yes. Okay, warte mal. Das, das ist das da? Combo-Breaker. Oh. Rump the storm. Storm bomb. Fuck. Nein. Fuck you, alte. Yeah. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Oh, fuck, alte. Nein. Killt mich. Oder auch nicht, vielleicht. Yes. Ba-chum-puh-ha. Mua, peace. Yes. Erstmal meine eigene Figur kaputt hauen, weil auch immer. Eismann. Bufrost, Mann. Aber er ist ja eigentlich noch ganz human, oder? Wo es Sub-Sero ist. Ist halt eine Menschenbegestalt, ne? Deswegen, wahrscheinlich. Voila. Jetzt kommt er auch noch. Der Robin Hood des Mortal Kombat. Ich werde es mir merken. Sollte ich je einen treffen. Oh. Wow. Wow. Oh, der ist ganz schön schnell, der Typ. What? Hey, du Mohawk. Tomahawk-Typ. Oh mein Gott. Guck dir den an. Was der drauf hat. Shit. Der haut mich voll in die Fresse. Der haut mich kaputt. Guckt euch das an. Was? Was? Ey, völlig überpowert, der Kerl. Guck dir das mal an. Ich glaube, der bereitet mir noch schlaflose Lächte. Oh ja. Oh ja. Nein. Shit. Nein. What? Wir haben uns gegenseitig geschlagen. Ah, er hat mehr Schaden gemacht. Shit. Und er hat einen Flammenstock. Das ist nicht fair. Wieso hast du einen Flammenstock? Oh, guck mal an. Guck mal an. Guck mal an. Sag mal. Zumindest das hier müssen wir mal reinhauen. Eieieieiei. Flammenstock ist halt nicht fair. Okay. Oh. Wie der immer das ausweichen kann. Shit. Jetzt bin ich tot. Oder er ist tot. Komm, 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 komm. Komm. Nein. Einmal Block und dann ist er weg. Okay. Yes. Sub-Zero. Eins zu eins. Final Round. Fight. Komm her. Woah. Ich glaube, das von unten ist ganz cool. Ah, shit. Aber das sieht halt auch immer kommen. Oh, gut geblockt. Oh, fuck. Schlecht geblockt. Ja. Shit. Breaker. Kombo geblockt, beziehungsweise Attacke geblockt. Nice. Ich glaube, ich checke es, wann ich blocken muss und so. Nur so ein bisschen. Aber ich habe fertig gemacht. So. Ja. Diese Chance ist vertan. Neuer Plan, Coach? Du hättest dem Alten folgen können, Jin. Wenn ihr uns tötet, bricht ihr die Hölle los. Ja. Denke ich auch. Chu. Deng Jin. Aha. Das ist ein guter Junge. Das war alles ein... Ein... Eine Übungsstunde. Mist. Hm. Du und deine Freunde zeigen Potenzial, Cassandra Cage. Aber bis ihr nicht als Einheit funktioniert, werdet ihr scheitern. Sub-Zero ist ein guter Typ. Cool. Aber sonst habt ihr euren Besuch genossen? Wir haben uns zerlegt. Dich vielleicht. Ich sehe auch eine Menge gefrorene Fußabdrücke auf deinem Marsch. Kommt schon. Ihr seid alle Sieger in meinen Augen. Neue Befehle von General Blade. Dann schauen wir mal, was abgeht. Außenwäldler. Hier im Erdenreich. Eine Invasion? Kann nicht sein. Haben Sie etwa Angst, Mr. Cage? Außenwäldler? Kein Problem. Hm.